Herzlich Willkommen zurück, schön dass ihr da seid, ich bin zu eurer Slider, guck mal Unsere jetzige Rüstung und das ist die neue Rüstung Fancy fürs Weekend Cosplay Richtig gut Ja, ok Ich meine Es gibt jetzt nur noch einen Weg Und, naja Hier oben halt hin Ja, weil da ist auch noch irgendwas, wo ich nicht hinkomme Krass War schon eine heftige Quest Ich muss ganz ehrlich sagen Schnellreise ist momentan nicht erlaubt Ok, aber ich kann hier hin Na dann Reite ich dann auch direkt mit meinem Vieh Aber zumindest ist es nice Hm Dieser Geruch Brennende Bäume Das Becken Wachtürme in Flammen Aber Die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen Der Stamm Tschüss Der Stamm Der Stamm Der Stamm Der Stamm Der Stamm Gute Nacht. Ja, weg, Junge. Ich hätte vielleicht erst einen Händler aufsuchen sollen, ne? Wäre, glaube ich, besser gewesen. Hier ist alles chillig, ne? Ja, hier ist alles chillig, okay. Und verschicken wir mal die nötigsten Sachen zum Verkauf. 5, 5. Ob ich irgendwie Herzen, die weg müssen? Das sieht gerade nicht danach aus. Linsen auch nicht. Oh, das auch nicht. Ne, auch nicht. Krass, echt? Ich bin so voll? Ja, guck mal einen an. Moin, nein, Saga, alles fit? Wie geht's dir, Junge? Joa, hilft ja alles nichts, ne? Wird mal Zeit, hier ein paar Dinge loszuwerden. Brauchen wir mal ein bisschen Platz. Hab ich hier irgendwie was bei? Nö, nicht, ne? Oh, warte mal. Oder verkaufen. Tränke und Fallen, genau. Man weiß nicht. Man weiß nicht. Nun mobbt's. Sly, mich. Abend. Wieso sollte ich das, Sessrix? Kein Grund, dich zu mobben. Vielleicht möchtest du das gerne, aber es gibt keinen Grund dazu. Na, ich hab hier eben doch grad so ne Maschine plattgemacht. Was ist denn der Loot von dem Shit? Mein Pferd liegt hier noch. Aber die Maschine nicht. Ah doch, die haben sie da oben hingelegt. Okay. Na, dann mal rein. Auf nach Hause. Er hat mich gesehen. Dann mal los. Oh, nein, dann. 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 So. Ich will ja nicht meckern, aber ich muss mal 2 Meter Abstand nehmen von euch. Das Wiegel. Dem Erdboden gleichgemacht. Na, machen wir mal den Speicher voll. Naja, warum soll es jetzt auch nicht knackig werden? Wir nähern uns dem Ende. Das Wiegel. Was ist das? Oh, moin Neo-Zeiten. Okay, weiter geht's. 21, 22, 23, komm um die Ecke. Nein. Die Dinger sind aber auch wirklich lästig, muss man auch tatsächlich sagen. Krass, was sie hier auch durchlaufen. Ähm, naja, muss irgendwie die Firma noch darüber arbeiten. Kennst du das, morgens aufzuwachen und der erste Gedanke ist, wo hast man... Wo hast... Wo du hast, wie man... Ich arbeiten krank machen. Und der erste Gedanke ist, wo du hast, wie man ich arbeiten krank machen. Was ist das für ein Satzbau? Nein, Saga. Den musst du mir nochmal neu schicken. Und der zweite, wie kann ich es sonst laufen machen? Wie kann ich... Ach Gott. Ich glaube, das musst du nochmal komplett zusammenschreiben. Da ist einfach kompletter Kontext von Lücken gegangen. Nimm dir gerade nochmal die Zeit und tipp das noch hin. Ja, das ist tatsächlich sehr traurig. Nichts. Noch nie war es hier im Becken so still. So. Das ist tatsächlich sehr traurig. Oh, deren Augen. Oh, deren Augen. Keine Gnadezeichen. Schlechter Schuss. Na, 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 na! Ach. Oh, toi, das ist der Buddhasch. Oh, wie ist der Pfiff? Wir essen. Das sind die Pfiff. So, ich bin ein bisschen pisst, war das nicht gut, was ihr hier gemacht habt mit meinen Leuten. Ich glaube, wir müssen uns hier nochmal dringend überhalten über eure Motivation und eure Einstellung hier. Ich bin nicht sehr zufrieden damit, Jungs. Weißt du, da brauchst du einmal Heilsachen und dann liegen die nicht genug. Ich muss ja jetzt hier ein bisschen Dampf ablassen. Ich kann das jetzt nicht einfach so durchgehen lassen, dass die einfach meine komplette Heimat einfach niedergewalzt haben. Das geht gar nicht klar. Gleich links halten. Ich muss nämlich in die Richtung. Aber vorher halt alle Heilpflanzen einsammeln, weil, obviously, ihr habt es ja gerade gesehen. Meine Hellsbar ist nicht besonders weit oben. Okay, das sind nicht die besten Gedanken. Nein, Saga, das sind nicht die besten Gedanken. Aber so weit war es bei mir, Gott sei Dank, noch nicht. In dem Fall tatsächlich, Gott sei Dank. Auf sieh! Richtig, auf sieh! War nice, der kommt zu mir. Das sind ja erstmal alles Elite. Ja, bitte. Immer noch auf der Suche nach mir. Ah! Du kannst dem Schatz entkommen. Kannst du aber probieren. Oh, der war knapp. Unerwartet knapp. Okay, Partyboy. Augen nach oben, da ist sie! Oh, nee! Nee, nee, ich war doch schon über Berg. Ich war doch schon über Berg. Oh, fuck. Die ganze Mühe umsonst. Ach, ernsthaft? Jetzt sag nicht, ich muss den Dicken dann nochmal machen. Nein. Nein, mach ich nicht. Wir schwimmen jetzt vorbei. Wir haben den schon mal gemacht. Wir machen den Scheiß nicht nochmal. Oh, wir schwimmen da jetzt vorbei. Viel unnütze Anstrengung hier. Muss hier jetzt auch nicht sein. Ich frag mich dann, ob diese Riesen-Kraken-Roboter auch alle von Hades waren. Sehr schön. Ja, wir haben den ganzen Schritt eben schon gemacht. Da brauchen wir jetzt nicht zwei, drei Mal hintereinander machen. Da sind wir uns auch einig. Ich hab keine Zeit für euch. Ich muss jetzt nicht 2000 Roboter besiegen. Aber liebgemein, danke. Bin auf dem Weg. Alles gleich, bin auf dem Weg. Ich kann ja nicht alles von modernen Natur, äh, nicht alles an Maschinen verwischt und versifft sein. Hoffenbar. Zumindest genug Heilpflanzen gerade da, das wär schon mal gerne. Das nehm ich für unterwegs mit. Ja, ja. Geht mir auch gerade ein, ne? Ich hab ein Reitier, was ich rufen kann. Ich hab ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eklipse hat alles zerstört. Ho, ho, ho. Hm. Man kann ja auch smart sein, ne? Das Spiel lebt ja nicht nur davon, dass man eine Konfrontation begeht, sondern dass man ihr auch ausweichen kann. Genau. Fällt zwar die Geräuschkulisse nicht, aber das beste ist die antwort lautet ja der wird wahrscheinlich wehtun, wenn ein B-Mod sein, Donnerkiefer die überlebenden müssten sich im Berg verstecken, wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben, ich erreiche die Lugen nie genau, lass den Berg einschätzen ok ok ich hab das Ding dann der muss ganz hart oh ich hab was gesehen der lag grad ne Basse der lag grad ne Basse zurück die verdorbene Erde entgegen und die 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 Nein, nein, ich habe auch mein Herz nicht aufgepasst, ich war viel zu fokussiert, die Scheiße wegzuschießen. Nein, nein, ich habe schnell so häufig gestorben in so kurzer Zeit. Machen wir in der nächsten Folge. Euer Slime. Ciao.